und damit herzlich willkommen zu rainbow six stage mit jan green hallo und mit dem reiner schickes design was für ein design ich dachte das ließen gewesen ja danke rainbow six rainbow six siege Ah, der lädt da wieder einen Gegner auf Markaros. Was ist los? Erstmal was platzieren. Westen, frische Westen, nur heute zum Sunderpreis. Was denn? Nichts. Zwei Drohnen habe ich. Die wandte hier, ups. Die wandte hier muss zu. Die haben einen Twitch, glaube ich. Die eine Drohne sah anders aus. Die vierte Drohne habe ich auch gerade nicht getroffen. Wurde entdeckt. Fünf Sekunden noch. Die Gegner haben den Bio-Befahrgut-Behälter lokalisiert. Wann befestigt? Ich fühl mich beobachtet. Die Katze hat sich neben mich gesetzt und guckt mich ganz hell an. Ich weiß nicht, was er will. Aber Twitch haben sie, da lagst du richtig mit. Hab ich doch gesagt. Und sie sucht die Kamera gerade und findet sie nicht. Nachladevorgang. Sieht so gut aus. Jetzt hat sie sie gefunden. Oh. Ach, das sind diese... Okay. Wunder mich ganz, was hier so komische Geräusche macht. Ähm. Bei mir geht irgendwas auf. Ja, aber nur wenig. Bei mir sind es zwei. Da, wo es aufgegangen ist. Ash? Habste? Ja, gut. Die hatte auch ganz wenig nur noch. Da ist auch noch... Ähm. Wie heißt... Die japanische sonst was Dings da. Ich komm jetzt nicht auf ihren Namen. Handy. Ne, die andere, die diese Dinger da dran gesetzt hat. Wie heißt sie denn? Ich komm nicht auf ihren Namen. Hibana. Genau. Hibana, Hibana. Hibana, genau. Ich hab nur mitgekriegt, dass sie die Dinger da dran gemacht hat. Deswegen bin ich rausgegangen und versucht habe, so viele wie möglich, damit sie da nicht durch... Da war sie gerade. Damit sie da nicht durchkommt, weißt du? Ja. Das war nur mein Ziel. Ich hab's auch versucht, aber von meiner Seite geht das nicht. Ne, ne. Ich konnte... Aber ich stand da halt ganz gut eigentlich. Ja, ein Peak nicht normal. Die wartet nur darauf. Der auch. Warte einfach. Wir müssen beide durch die Tür kommen. Anders kommen sie nicht rein. Und das hörst du, sobald sie die Tür ähm tappen, ist das Ding nämlich aktiv. Okay. Ein Gegner verbleibt. Andere Seite reingegangen. Die ist einmal rumgelaufen schon. Wow, Alter. Aber sobald sie da halt rein tappt, hörst du das. Das ist das Gute an dem Raum. Deswegen einfach warten. Einfach da hinziehen und warten. Da? Genau. Sollte du mir ein Visier besuchen? Ja, das solltest du. Mach doch kein 1-1 draus. Wieso ich? Sauber. Ich hab nicht damit gerechnet, dass ich die Treppe eigentlich... Ich war grad in der Dings. Kameras nicht gesehen. Boah, die wollte aber flott dahinter, ne? Ja. Deswegen muss ich auch sehr schnell reagieren. Aber es hat ja geklappt. Die Reaktionsgeschwindigkeit, glaub ich, hab ich. Ja, die war nicht schlecht. Hm. Vier Frauen. Von Jekyll. Das kann ich zuhören. Das ist auch richtig passend mit dem Blick der von Jekyll. Ja. So, boah, wer ist der geilste hier im Club, Junge? Ne, von wegen... Ihr wisst, was gleich passiert. Ihr wisst, was nach dem Einsatz kommt. Sind nicht in der Küche. Ja. Bei den Zügen sind's auch nicht. Tut, tut. Nein. Dann sind's in der Bibliothek. Da rechts gleich. Oder ganz oben. Ganz oben. Bleiben wir. Aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Mir naaach. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Ah, ja, genau. Oder in dem großen Raum da. Ah, in dem großen Raum da. Da, 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 da. Gekunden. Ach, hier ist das Gebäude. Biss. Aber wer ist einig identifiziert? Hm. Funktioniert das an der Wand? Ich will es mal ausprobieren. Ah, es hat funktioniert! Wuhuhuhuhu! Sprengladung ist positiv. Sprengladung! Pass auf, bei dir könnte Puls irgendwo rumturnen. Oder Kars, einer von den beiden. Ähm, es ist Puls und er kommt gerade die Treppe runter. An deinen Fenster dort. Ja, ich hab ihn gesehen. Kurzzeitig. Er hat auch zwei, drei Hits schon von mir. Er ist tot. Ähm, Kapkan haben sie noch. Ich meine, der eine war Frost. Ach, du bist hier. Ach, Moral. Guck mal hin. Okay. Der war auch nicht schlecht. Der wollte sich doch nur gerade verstecken. Ich hab's schon gemerkt. Aber wenn du diesen einen Kill gerade gesehen hättest, ne? Den werde ich dir gleich mal zeigen. Ja, der sah einfach sweet aus. Der sah echt sweet aus. Sweet. 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 Lavan. Ki, ki, no. Yes. heißt er jetzt Norbert Huhn oder Norbert Huhn oder ich glaube Norbert Hunga also Ungarn oder es steht für Hunde oder er ist ein Huhn und hat sich nur verschrieben da kann es wohl einer nicht abwarten zu sterben sweet sweet loving loving me denn, denn, denn den den den, denn den 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 die Den, 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 den. Den, 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 den. Oh. Oh. Oh mein Gott. Es ist ein Lesezimmer. Oh mein Drohne. Reiner du gehst dazu vor. Okay. Hol den Deck. nicht nur du krass was macht er ich muss hier raus ich muss hier früher konnte man diesen schrank rein klettern konnte sie türen aufschlagen und dann konnte es sind schlank schlank rein in den schrank rein ich konnte in diesel schlank klein mann norbert das ist nicht dein ernst wenn du dich jetzt vor mich gestellt hätte ich dich umgelegt eine meiner dinge ist kaputt er hat mich so verwirrt was denn wo ist der gegner da wo es markiert ist da wo es markiert ist nein ja er ist hier immer noch da sind zwei glaube ich jetzt seien sie sich irgendwo hin ja da sind zwei hier willst du mich verarschen nein wollen wir nicht die gehen jetzt hier oben rein jetzt ist hier oben einander jetzt ist die kamera weg jetzt können wir dir nicht mehr helfen die können auch jederzeit so runterspringen von dort ne jetzt ist er reingetappt durch das schild muss auch ein sonst rechts jetzt gleich links dort überm schild über das schildes vielleicht am fenster hinten das habe ich nicht gesehen ist das die weiß ich nicht ne die liegt dann noch wo wurde ich denn ganz entdeckt hinterher links wieder drinnen sicher ja muss er weil sonst erst mal kein alarm ja weil ihr beide zeitgleich drinnen seid jetzt ist er hier rechts einer ist hier rechts und der andere ist links drinnen mann ich hing da fest passiert alles gut nein das ist scheiße warum kriege ich minuspunkte weil ich das teil getroffen hab das ist doch scheiße da nimmt mir auch mal einer eiskalt dings weg was soll in der scheiße richtig okay okay ist kalt sagt dass ein rülpser per sprachstädt hier über ich weiß schon warum ich ihn hasse genau aus dem grund in der kirche wo ist jetzt habe ich eine markierung jetzt weiß die sind in der küche mann ich will irgendwo mal hinspringen aber nie lassen sie mich ich bin ich hierher gekommen das weiß niemand es ist kia Was denn? Ach nichts Sicher? Klingt nicht so Eins, zwei, drei Alle vier sind im Raum Es gibt nur vier Ja, und sie haben Kapkan auch gespürt Kann man hier kaputt schießen? Kann man Nee, die Wand Mann, das ist doch Scheiße Er sitzt rechts direkt von deinem Loch Ich hab auch drauf gehalten, aber Zu spät Ich hab ihn zu spät erkannt Nochmal den einen Sicherheitsschuss Also praktisch dein Loch rechtsrum ist im Kühlschrank Da sitzt der dann direkt Nee, der ist aber links rüber gerade Achso Weißt du, was der anhatte? Nee, ich hab auf seine Mode jetzt nicht so geachtet Boah Muggel, der leckt sich ein zurecht hier, ey Juck, juck, juck Links, von links, von links, von links Nur noch einer vom eigenen Truppen Nur noch ein Gegner Da sind deine Fußspuren, ne? Von dem einen Kommst du an die dran? Nicht zu weit nach links gehen Nicht, dass er wieder rechts sitzt Nein! Ich hab nicht gedacht, dass er so da durchguckt Ich verkack das immer Nein! Nein! Deine Schulter hat kurz rausgelunzt, ne? Ja Oh, ärgerlich Verlängerung Du musst das doch einmal hinkriegen Den Klatsch Ich mag unseren Norbert Hoon nicht Nee, der hat's nicht drauf Okay, er ist Level 15 Das wird's für sein Ich dachte, er hat trollt, weil er ein Rekrupp ist Aber es gibt auch andere Leute, die ich neuer davon habe So wie wir Ich bin nicht der Einzige Ich hab ja sozusagen auch neu angefangen Du hast 200 Stunden Was? Du hast 200, äh, Level 200 Stunden, das wär schön, wenn's nur so wenig wären Aber es ist ja trotzdem was anderes Ob du jetzt Playstation spielst Oder Ähm PC, ne? Ist ja doch schon etwas anderes Nicht schlecht Wo ist die Drohne? Wo ist die Drohne? Scheiße Wo ist die hin? Ist weg Nee, das ist ganz schlecht, dass die weg ist Weil es war die Schockdrohne, weißt du? Switch Ja Und hier ist auch nichts verstärkt Oh, wir machen jetzt Fenster hinter mir Wie, wo, der ist im Spiel entfernt? In Zoo und Ping Das war ein sehr schöner Headshot Hier, ich wusste auch gar nichts von mir Was schießen die denn jetzt? Das ist ein Schwein Ähm Haupteingang, glaub ich Ja Und Treppe Sind links rumgegangen Ich lade nach und brauche Deckung Lade Munition Ich lade nach Ein Gegner übrig Ja Fuck, Haupthalle Er ist Ein Viertel, er ist direkt vorm Schild Er ist ganz weit sichtbar Klar Ich müsste ein halbes Leben vielleicht noch haben Oder drei Viertel Steht vorm Schild Guckt rein Guckt rein Klettert rein Sehr gut Gute Calls Das Wichtige ist ja nur für dich Klettert rein Ja, aber das ist halt der Wichtigste Und dass er, wo er vorher ist Ja Ja, haben wir doch gewonnen noch am Ende Easy 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 Lemon Squeezy Und damit verabschieden wir uns für diese Folge Und wir sehen uns dann in der nächsten Oder bei einem anderen Mal Tschüss Tschüss Tschüss